So komm erstmal ordentlich einen hier ins behindertenfreundliche Klo ballern. Boah! Falscher Ausgang, was? Und abschütteln. So. Man hört das Geklacker immer ganz deutlich, ne? Ich geb mir hier echt beim Kacken richtig Mühe. Das kann man nicht anders sagen. Für euch tue ich doch alles. So. Okay, dann nehme ich an, das hier wird Jimmys Zimmer sein. Aber das war bestimmt nicht... Ne, das war Schlafzimmer. Ich bin ja so doof. Das war Jimmys Zimmer, aber er ist ja nicht da. Das heißt, wir können leider nichts mehr machen hier in diesem Haus. Was? Was hat Jimmy? Mann. Was ist das hier? Guck mal, das ist eine Garage ohne goldenen Dings. Zigarettenstummel. Kann man immer gut gebrauchen. Wieso mein ich? Ist das schon das richtige Haus? Oh. Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Sag ich nicht. Chorgesang. Flutschiger Spaß mit Kindern. Was? Bitte was? Um Gottes Willen. Na, riecht gut. Interessanter Aufzug. Bist du so ein Ich-darf-alles-Kind? Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Ah, das ist der Vater. Hier, du bist aber kein Freund von Henrietta, oder? Ja, das ist der Vater von Henrietta, einem der Goth-Kinder. Oh, ist die Mutter? Also ich muss sagen, Minze und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Boah, langweilig. Also ich muss sagen, Minze und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Übriggebliebene Chicken Nuggets, sowas gibt es? Chicken Nuggets bleiben doch nicht übrig. Wer lässt denn Chicken Nuggets übrig? Also bitte. Patsch. Okay, wir gehen mal oben gucken. Vielleicht ist Henrietta ja zu Hause. Oh. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Wir können mit allen Selfie machen. Talentiert. Ich muss kotzen. Okay. Lass mich in Ruhe, Spießer. Seifz. Ob die auch per se sagen? Vergiss es, du Spießer. Verpiss dich! Hau ab und poste woanders, du Penner. Hau ab und poste woanders, du Penner. Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Dass ich so unkonventionell bin, macht dich möglicherweise nervös. Diese Stadt geht den Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Oh, du hast gehabt. So. Den Folianten finden. Sag, wenn du den Folianten hast. Mhm. Ich bin nicht so der Typ für Selfies. Ah, alles klar. Das kriegen wir aber noch hin. Da bin ich sehr zuversichtlich. Guck mal, das ist ein Cthulhu-Bild. Ein Nosferatu-Bild. Und hier entsteht Darkness plus Me gleich Darkness. Schade, die sagen aber nicht per se hier. Blauhaus-CD, Gorg-Keyboard. Okay. Hängen auf jeden Fall alle da oben ab. Wo sind wir hier? Jo. Ah. Popsies Aknecreme. Und metrosexuellen Haargel. Und nix. Außer Verwüstung. Nein. Äh. Okay, das ist echt. Da muss man schon die Hirnhilften anstrengen zum Kacken hier. So, naja. Klappt aber immer. Und? Hühnchen in der Schüssel. Lecker. Lecker Schmecker. Na, dann sind wir durch das Haus auch durch. Zack. Und? Oh. No Drone Zone. Bushs-Fan-Grieg von Craigs Mom. Wieso ist denn der da drin? Ah, guck mal. Kann man dagegen fuchzen? Trinkt natürlich nix. Hier können wir auch nix. Na. Naja, das bringt aber nix. Ich kann auch nicht draufschlagen. Okay, das bringt nix. Dann ist eine Tasche, oder? Ah. Cool. Göttlicher Verstärker-Rezept. Was ist denn das? Crafting. Göttlicher Verstärker. Schaltet auf die Hirnwellenfrequenz seines Teams auf und erzeugt eine Hyperaktivitätsschleife. Plus 16 Statuseffekt-Schaden. Ah. Rest können wir noch nicht. Ich frage mich, wir müssen bestimmt... Warte mal. Ähm. Crafting. Da bauen wir mal welche von. Ah, siehst du? Dann können wir das leveln. Dann baue ich davon direkt nochmal ein. Und wir können auch Gegengifte mal bauen. Ähm. Mehr geht leider gerade noch nicht. Naja, okay. Gut. Wir gehen mal rein. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es. Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem beim Problem behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Exfreund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Äh, ein Meerschweinchen suchen. Really? Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Okay, ich möchte aber trotzdem mal eben kleiner Krupp. Traballische Meerschweinchen sind sehr langsam wegen der niedrigen Schwerkraft auf ihrem Heimatplaneten. Dafür haben sie den besten Geruchssinn im Universum. Okay, im Keller habe ich verstanden. Gehen wir gleich runter. Burrito, Vorausgegenstand. Dose Maisknusperer. Rezept für Wiederbelebungsserum. Oh, cool. Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal runter und später hoch. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig. Das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir das Meerschweinchen. Ah, Tatsache. Was ist das? Knallfrösche freigeschaltet. Nutze Knallfrösche, um Stripe rauszuscheuchen. Und wie? Wie kann ich denn Knallfrösche nutzen? Oh, was? Mach's nochmal. Oh, das war's. Folge dem Erschweinchen. Wow, du hast die Kiste zerlegt wie nichts. Wahnsinn. Mach dein Ding mit der Kiste. Oh, oh. Wow, scheiße. Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Ja, ne? Wo ist er hin? Schaff das Ding aus dem Weg. Was für ein Ding? Schnell, mach was. Sonst kommt er erst wieder raus, wenn er Hunger hat. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus. Ta-da! Ja, brillante Rettung Stripe. Auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Super Craig. Super Craig. Verbündet da. So, Moment. Tarango-Seiten, Schrott. Kann man sonst noch was kaputt machen? Nein, aber wir können ein Selfie mit ihm machen. Stripe ist der beste Superpartner, den ich mir wünschen könnte. Okay. Ja, ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Ja, ja, klar, natürlich. Craig aus Stahl, ja. Neuer Follower, Craig. Oh gut, wir sind fertig. Ja, geht ja meistens schnell, ne? So, wir gucken einmal kurz aufs Coolstagram. Bin drüber weg, Dramale, Struppziele, Coolen, Friends, Leben, Nice, Folge mir, Ich, Arsch, Held, YOLO. Wenn man das einfach so der Reihe nach liest. Warte mal. Drei neue Follower. Ja. Charakterbogen. Haben wir jetzt nicht Super Craig? Da ist er doch. Ne, da. Äh, haben wir den Charakterbogen aber noch nicht gefunden. Crafting, haben wir auch was Neues. Hoch. Können wir nix von herstellen. Schade. Inventar. Ja, Burrito. Kleine Menge Gesundheit wieder herstellen. Charakterbogen. Okay, wir müssen noch das Haus oben plündern. Guten Tag. Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaui. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Okay. Finde zehn Yaui in South Park. Herrlich, einen so jungen Kunstliebhaber kennenzulernen. Hm, naja. Okay, wir können aber wahrscheinlich erst, wenn wir wirklich zehn haben. Eins haben wir ja eben schon gefunden durch Zufall. CompuClean Feuchttücher. Wellmagazin, wie vermeide ich Drohnen? Die haben alle so ein Drohnenproblem hier, ne? Herpes Concealer. Ihr Gitt. Ah, der Schrank. Craigs Schrank, ne? Alien-Figur. Mal gucken, was er hier so drin hat. Meerschweinchen-Sachen auch. Viel Spielzeug. Ja, ansonsten ist der Schrank eher unspektakulär, oder? Und so ein paar Action-Figuren. Was auch sehr nach Super Craig aussieht. Aber natürlich nicht ist, aber Super Craig hat sich dran orientiert wahrscheinlich. Space Track. Guck mal, das Schild da. Äh, das... Ähm, Poster. Ah, und da oben können wir jetzt... Patsch. Modellraumschiffteile. Schöne Millennium-Falken zerstört. Tieraufnahmen mit Weitwinkelobjektiv. Kann ich das hier eigentlich auch? Nee, ne? Das geht nicht. Das sieht aber noch so aus, als wäre es irgendwann mal, äh... Von Nutzen. Guck mal hier. Ah. Was ist das denn? Können wir hier nur aufs Klo gehen? Machen wir natürlich direkt mal, aber... Oh. Okay. Nachrichten-Shuffle. Druck aufbauen. Florida. Und schon rausschütteln. Das war ja... Das war ja eigentlich ein kleiner, äh... Toilettengang. Abwasserhörnchen. Bah. Die sind in den Armen. Äh, wahrscheinlich ja. Das sieht man. Selfie? Okay, mehr Yowie. Stoffballen. Na gut. Mehr Yowie sammeln. Dann machen wir das. Okay.